Wenn du online unterwegs bist und du möchtest zum Beispiel Online-Kurse verkaufen oder Coachings und Beratungen oder du bist Freelancer und möchtest deine Dienstleistungen verkaufen, dann kommst du um eine Sache eigentlich nicht herum und das sind Landingpages. Landingpages sind die Seiten, auf denen du deine Angebote präsentierst und zwar zum einen natürlich bezahlte Angebote, aber auch kostenlose, also sowas wie Freebies oder Newsletter oder Webinare oder so. Und natürlich brauchst du ein entsprechendes Tool, um diese Landingpages zu erstellen, denn damit diese Seiten wirklich gut funktionieren, sollten sie gewisse Voraussetzungen erfüllen. Mein Lieblingstool für Landingpages ist der Thrive Architect und wenn du wissen möchtest, worauf es bei guten Landingpages ankommt, wie der Thrive Architect funktioniert und wie du damit eben deine eigenen Landingpages erstellst, dann habe ich da was für dich. Seit heute ist die Thrive Architect Masterclass verfügbar. Das ist ein Online-Kurs, in dem du alles lernst, was du wissen musst, um mit dem Thrive Architect eben deine Landingpages zu erstellen. Neben den Tutorials, die ähnlich aufgebaut sind hier wie bei YouTube, also das sind Bildschirmaufnahmen, wo ich dir eben erkläre, wo du was findest und wie das ganze Tool funktioniert, gibt es im Kurs auch einige Praxisprojekte. Das sind also Projekte, die du nutzen kannst, um den Thrive Architect noch besser kennenzulernen, um dich damit vertraut zu machen und eben um zu üben, bevor du dann an deine eigenen Landingpages gehst. Außerdem lernst du im ersten Modul auch quasi die Theorie zu Landingpages, also worauf es eigentlich dabei ankommt, was auf so eine Landingpage gehört und was da eben sonst noch so wichtig ist. Und weil man mit dem Thrive Architect aber nicht nur Landingpages erstellen kann, sondern auch noch ein paar andere Sachen, schauen wir uns das natürlich auch noch an. Als Einführungsangebot gibt es die Thrive Architect Masterclass ab heute für fünf Tage lang, für nur 9,99 Euro, wenn du über den ersten Link unten in der Beschreibung buchst. Du hast im Kurs natürlich auch die Möglichkeit, mir Fragen zu stellen und kriegst, wie gesagt, alles an Erweiterungen, was da in Zukunft noch so dazukommt, kostenlos jederzeit noch mit dazu. Wenn du Fragen zur Masterclass hast, dann schreib sie gerne in die Kommentare und dann hoffe ich, dass wir uns im Kursbereich wiedersehen.